Hallo, wir sind Jule und Tanja und wir sind heute hier in Dortmund bei Pohlmann. Wir haben das Ganze nämlich im Studi-Patent gehört und wir wollten schon riesig. Und wir gehen jetzt rein zum Soundcheck. Ich fliege über die Stadt mit all den anderen Pechvögeln zusammen und sie hängen mich auf. Ist okay, der Letzte der Letzten zu sein, der Letzte der Letzten. Ich bin der König der Straßen und lieg auf deinem Weg. Erwartet keine Geschenke und all die Eure Fassaden, jedes Geschäft und Café. Erwartet keine Geschenke, der Letzte der Letzte der Letzte.